DW Deutsch lernen mit Nachrichten Mittwoch, 13. November 2019, 9 Uhr in Deutschland. Militante Palästinenser feuern erneut Raketen auf Israel. Militante Palästinenser haben den zweiten Tag in Folge vom Gazastreifen aus Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert. In der Nacht hatte Israels Luftwaffe Ziele der Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad in dem Küstenstreifen angegriffen. Dabei wurde laut dem Gesundheitsministerium in Gaza ein Palästinenser getötet. Die Angriffe auf Israel hatten am Dienstag begonnen, nachdem dessen Armee einen Befehlshaber des extremistischen islamischen Dschihad gezielt getötet hatte. Palästinenser feuerten daraufhin rund 200 Raketen auf israelische Städte ab, darunter auch auf Tel Aviv. Senatorin Janina Agnes erklärt sich zur Interimspräsidentin Boliviens. Nach dem Rücktritt von Boliviens Staatschef Evo Morales hat sich die Senatorin Janina Agnes zur Interimspräsidentin des südamerikanischen Landes erklärt. Neben Morales waren auch der Vizepräsident, die Präsidentin des Senats und der Präsident der Abgeordnetenkammer zurückgetreten. Somit rückte Agnes als zweite Vizepräsidentin des Senats an die Regierungsspitze. Die 52-jährige Anwältin muss nun innerhalb von 90 Tagen eine Neuwahl organisieren. Morales war am Sonntag nach massiven Protesten und auf Druck des Militärs, nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl zurückgetreten. Türkischer Journalist Ahmed Altan erneut verhaftet. Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmed Altan ist erneut festgenommen worden. Die Organisationen Amnesty International und Reporter ohne Grenzen bestätigten entsprechende Angaben der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Laut Reporter ohne Grenzen wurde Altan mit der Begründung verhaftet, es bestehe Fluchtgefahr. Der 69-Jährige war 2018 wegen Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Am 4. November wurde er nach mehr als drei Jahren Haft unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen. Zugleich reduzierten die Richter das Strafmaß. Tesla will Fabrik im Großraum Berlin bauen. Der Elektroauto-Pionier Tesla will eine neue Autofabrik im Berliner Umland errichten. Das sagte Konzernchef Elon Musk bei einer Veranstaltung in Berlin. Die Gigafactory 4 solle in der Nähe des neuen Flughafens entstehen. Zudem solle in der Hauptstadt ein Ingenieur- und Designzentrum angesiedelt werden. Tesla hatte zuvor angekündigt, in Kürze den Standort seiner europäischen Fertigungsanlage bekannt zu geben. Mehrere Bundesländer hatten um das Werk geworben. Dort soll ab 2021 produziert werden. Derzeit zieht das US-Unternehmen eine Fabrik in China hoch. Venedig kämpft mit Rekordhochwasser. Venedig wird von den schwersten Überschwemmungen seit mehr als 50 Jahren heimgesucht. Der Markusplatz ist vollkommen überflutet. Im Markusdom hat das Hochwasser italienischen Medienberichten zufolge Schäden am Mauerwerk angerichtet. Grundschulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. Bürgermeister Luigi Boniaro sprach von einer Katastrophe und mobilisierte alle Einsatzkräfte. Er kündigte an, an diesem Mittwoch den Notstand auszurufen. Wegen seiner Lage in der Lagune wird Venedig immer wieder überflutet. Der Anstieg des Meeresspiegels verschärft die Situation aber zunehmend. Klimaaktivistin Greta Thunberg hat eine umweltschonende Mitfahrgelegenheit von den USA nach Europa gefunden. Wie die 16-jährige Schwedin auf Twitter mitteilte, werde sie mit Bekannten auf einem Katamaran von der Ostküste der USA nach Europa segeln, um dort noch an der UN-Klimakonferenz in Madrid im Dezember teilnehmen zu können. Die La Vagabonde des australischen Paars Riley Whiteland und Elena Caruso soll demnach schon an diesem Mittwoch ablegen. Thunberg hatte im August in einem Segelboot den Atlantik überquert und unter anderem an der UN-Klimakonferenz in New York teilgenommen. Soweit die Meldungen von Mittwoch, dem 13.11.2019. dw.com slash langsame Nachrichten